Spannung, 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 das hier ist Hulu Plus, ein neuer Bezahl-Service der Video-Streaming-Plattform, der in den USA verfügbar ist. Dort haben sich einige große TV, Fernseh, Video-Produktionsfirmen zusammengeschlossen, um ihre neuesten Serien und Filme ins Web und auf die iOS-Plattform jetzt neuerdings zu bringen. Streaming kostet 10 Dollar. Ich habe das natürlich hierzulande nur anwendbar bekommen über einen VPN-Service. Deswegen möchte ich auch zur Qualität des Streaming-Bildes oder des Audios keinerlei Aussagen treffen, weil ich weiß nicht, wie viel Anteil ein langsamer VPN-Dienstleister daran haben könnte. Insgesamt steht unter dem Strich nach den ersten paar Tagen auf dem iPhone, sieht das alles sehr, sehr fein aus. Sehr, sehr akzeptabel zu schauen. Auf dem iPad pixelt es einige Zeit und wie man hier sieht, braucht das Video eine Sekunde, um anzulaufen. Ganz genau. Jede TV-Show ist unterbrochen mit, ich glaube, fünf Werbeblöcken sind es, die 30 Sekunden dauern. Das sind gute zweieinhalb Minuten bei so einer 45-Minuten-Episode, was nicht wenig ist und was natürlich auch sehr auf die USA ausgerichtet ist und man hier keine Ahnung hat, warum Bud Light beworben wird oder ganz komische DE-Services. Insgesamt ein sehr, sehr spannendes Produkt, vor allen Dingen kulturell und technisch, also Abkehr von Flash, dass man sich jetzt doch entschlossen hat, das Ganze auf die iOS-Plattform zu hieven und natürlich die Bezahlinhalte für das Web sind Leute bereit zu zahlen, obwohl der gleiche Anteil von Werbung immer noch im Video ist. Die Auswahl ist doch ziemlich groß, alte Serien sind stark vertreten als auch neue. Wir werfen weiter einen Blick drauf in der Zukunft.